Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es ein paar Neues zu Fortnite Competitive. Dort gab es nämlich ein paar Neuerungen innerhalb der letzten Tage. Das werde ich euch jetzt alles einmal in diesem Video zusammenfassen. Wenn ihr dazu natürlich in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Thema. Und zwar fand das Ganze ungefähr eine Stunde gestern vor der DreamHack Heat 1 statt. Und zwar hat dort Epic Games tatsächlich eine Post rausgehauen auf dem Fortnite Competitive Account. Dementsprechend folgt auf jeden Fall Fortnite Competitive immer auf Twitter. Denn dort werdet ihr für alle Fortnite Competitive News auch immer direkt benachrichtigt. Und zwar hatten die in den Post geschrieben, dass die Boogie Bombs letztendlich gewaltet wurden. Das Ganze gilt natürlich nur für die Competitive Playlist. Das heißt so etwas wie Arena, so etwas wie die ganzen Turniere, DreamHack, also auch. Und natürlich die ganzen Cash Cups etc. In den normalen Moody's wird es natürlich immer noch drin bleiben. Aber auf jeden Fall in diesen Competitive Playlist ist es wie gesagt jetzt entfernt. Und man kann die Boogie Bombs immer nicht erfinden. Was das Ganze für euch bedeutet, ist eigentlich relativ simpel. Ihr könnt ganz einfach ein Auto fahren, ohne eben halt das Risiko zu haben, da rausgeboogiebombt zu werden. Ihr könnt Edits öffnen und müsst dort auch keine Angst haben, dass ihr eine Boogie Bomb reingeworfen bekommt. Und generell hat man eben halt nicht mehr das Ganze, dass man irgendwo Angst haben muss, dass jemand eine Boogie Bomb einem durch einen Edit reinschmeißt. Wodurch dann wieder sicherer etwas durch Edits durchschauen kann und so. Was auf jeden Fall das ganze Gameplay geschehen schon um einiges verändern wird. Zusätzlich dazu wurde tatsächlich auch die Taschenfestung, also die Port of Fort, gewaltet. Das heißt, man kann die jetzt auch nicht erfinden und das hatten ja vor allen Dingen die Leute in Trios sehr, sehr häufig benutzt. Um beispielsweise sich auf den Berg einmal eine Port of Fort hinzuwerfen, um dann eben halt dort oben eine große Base zu haben. War eigentlich immer relativ praktisch. In Solo war das eher eigentlich jetzt nicht so. Die Meta aber im Trios war das eigentlich schon immer relativ beliebt, die Port of Fort zu benutzen. Und als dritte Sache, die jetzt auch geändert wurde, allerdings nicht gewaltet wurde, sind die Crashpads. Denn die findet man jetzt nicht mehr wie normalerweise immer im Dreier-Stack, sondern nur noch im Zweier-Stack. Die Wahrscheinlichkeit, die zu finden, sollte allerdings gleich geblieben sein. Das heißt, da lohnt es sich jetzt auch nicht mehr so sehr, das Ganze mitzunehmen. Und man wird eben halt gerade im Endgame auch deutlich seltener Crashpads recyceln können von Gegnern. Man wird deutlich seltener die eigenen Crashpads eben halt benutzen können. Zum einen eben halt dadurch, dass es insgesamt weniger Crashpads auf der ganzen Map gibt. Und zum anderen natürlich dadurch, dass sie dann auch unbeliebter mitgenommen werden. Und wenn man so oder so erst nochmal im Zweier-Stack gefunden hat. Eine weitere kleine Neuerung, die jetzt auch noch reinkam, die ja allerdings auch schon ein paar Tage älter ist. Die kam am Montag nämlich rein. Und zwar hat dort Fortnite Competitive auch wieder einen Tweet geschrieben, wo sie darin geschrieben hatten, dass sich die ganzen Zeiten der Tournaments geändert hatten. Vorher war es ja immer so, dass beispielsweise hier die Plattform-Cups immer 20 bis 23 Uhr waren. Und dort hat sich eigentlich so ziemlich jeder beschwert. Hier sogar dieser Plattform-Cup wurde dann ja nochmal eine Stunde nach hinten verlegt, weshalb er von 21 bis 0 Uhr war. Das ist auf jeden Fall viel zu spät. Viele Leute eben halt gerade während der Woche, jetzt Freitag ging das eben halt. Aber die normalen Crashpads finden ja immer Montag, Dienstag, Mittwoch statt. Und da hat man eigentlich als normaler Schüler, als normaler Mensch, der eben halt arbeiten geht, keine Chance das Ganze zu spielen. Wenn man natürlich Streamer war, dann war das einem relativ egal. Aber für alle normalen Menschen war das eigentlich unmöglich, das Ganze hier zu spielen von 20 bis 23 Uhr. Das hat sich natürlich Fortnite auch zu Erzten genommen und dementsprechend haben das jetzt geändert. Und die nächsten Cups werden jetzt von 18 bis 21 Uhr stattfinden. Dementsprechend werden auch sehr, sehr sicher nicht mehr ganz so viele Leute dort W-Keen. Das war ja nämlich auch ein großes Problem im ersten Cup. Denn dort, dadurch, dass eben halt jeder versucht hat, so alle Runden in ein bis zwei Stunden durchzubekommen, wollte eben halt jeder W-Keen und die Runden waren eben halt so unstacked wie in einer normalen Arena. Und dann war eben halt so das Problem, es war irgendwie die dritte Zone, es lebten nur noch zehn Spiele und das war eben irgendwie gar nicht geil zu spielen. Und wenn man versucht hat, irgendjemanden selbst zu fighten, dann wurde man eben halt auch in den meisten Fällen getthird-Party von anderen Leuten, getw-Keed. Dementsprechend hoffe ich auf jeden Fall, dass sich das Ganze dadurch ändert. Das Ganze gilt natürlich für den Paradox-Plattform-Cash-Cup. Das Ganze gilt für den Contender-Cash-Cup. Die sind von 18 bis 21 Uhr ebenfalls. Natürlich dementsprechend auch zu dem Champion-Cup. Die Hype-Night ist weiterhin von 20 bis 23 Uhr erstmal. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz so geil. Ist eben halt auch sonntags dementsprechend auch immer einen Tag, bevor dann die Schule anfängt. Eine weitere Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, gibt es jetzt nämlich in den Settings neue Optionen. Unter anderem natürlich einmal die Raytracing-Option. Ist natürlich für Ford und Competitive irrelevant. Allerdings gibt es jetzt die DLSS-Funktion. Dazu hatte ich auch schon ein Video hochgeladen. Dort würde ich jedem empfehlen, der eine Nvidia-Grafikkarte hat, dass ihr das Ganze auf Performance einstellt. Denn ich habe bisher schon ein bisschen herumgeschaut und ich sehe eigentlich bei jedem nur Performance-Verbesserung. Euer Game wird deutlich stabiler laufen. Und vor allem der große Vorteil, dass euer Input-Lag allein durch DLSS wirklich deutlich geringer gemacht wird. Deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall, stellt das Ganze auf Performance-Mode. Ihr werdet dabei eben halt keinen Grafikverlust haben. Das Game sieht genauso gut aus wie vorher. Dementsprechend müsst ihr nicht hier oben irgendwie auf 1600x900 stellen, sondern es wird eben halt automatisch gemacht. Und dadurch könnt ihr natürlich Gegner auch deutlich besser sehen. Außerdem gibt es jetzt auch die Nvidia-Reflex-Low-Latency-Funktion. Und damit kann man eben halt den Input-Lag bzw. die Latenz auch nochmal weiterhin verringern. Dementsprechend würde ich natürlich auch euch empfehlen, dass das Ganze auf On-Plus-Boost einstellt. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich jetzt mittlerweile gar keinen Input-Lag merke. Also es hat wirklich unglaublich viel verbessert. Und falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Und dann werdet ihr, denke ich mal, vor allen Dingen eben halt, wenn ihr irgendwo in Stacked-Endgames seid, wo ihr mal nicht so viele FPS habt, gerade in solchen Szenarien, merkt man auf jeden Fall dieses Reflex-Low-Latency deutlich, deutlich mehr als in Situationen, wo man beispielsweise direkt 240 FPS konstant hat. Dann merkt man das Ganze nicht ganz so. Trotzdem merkt man es in wirklich allen Situationen. Dementsprechend empfehle ich euch auf jeden Fall, das Ganze zu aktivieren. Und das waren unsere ganzen News, die es jetzt zurzeit gibt. Ich hoffe, da hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.